Das ist der Aufenthaltsraum. Das ist Jan. Und das ist jetzt der Gang. Hallo. Party. You never forget it. So. Thank you. So, und hier geht es jetzt zu den Kabinen. Did you enjoy your vacation? Wow. 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 Sexy boy. Das ist ja schon. Vielen Dank. Das ist der Fitnessraum. Vielen Dank. Hier geht es raus auf die Terrasse. Die ist aber jetzt geschlossen. Also, vielen Dank.